Da hat sich Leverkusens Leon Bailey eindeutig mit dem Falschen angelegt. In einem Fitnessstudio in Geng filmte er den Profiboxer Atif Tanri7 Ribera beim Schattenboxen vorm Spiegel. Das Video verbreitete Bailey anschließend per Snapchat und bezeichnete Ribera dabei unter anderem als Clown. Das Video wurde Ribera von Freunden zugeschickt und der war sauer. Also stellte er Leon Bailey nur wenig später in einem Straßencafé in Geng zur Rede und verbreitete das Ganze direkt per Facebook live. Du wirst nicht so viel über Fußball, motherfucker. Also schau die fuck up und du bist live auf Facebook, bitchass. Wenn ich das noch einmal höre, werde ich dein Gesicht, dein Gesicht, dein Gesicht und dein Gesicht. Warum sagst du Clown? Du bist selbst ein Clown, bro. Du bist ein Clown. Er macht das mit anderen Leuten auch. Wer bist du? Bist du Gott? Nein, du bist niemand. Du bist nur ein Mensch wie ich. Also schau die fuck up und respekt Sportmanns. Du bist ein Sportler, du musst auch andere Leute respektieren. Ob Baileys Verhalten ein Nachspiel haben wird, bleibt abzuwarten. Das Ganze passierte fast zeitgleich zu Leverkusens Heimspiel gegen Wolfsburg am Sonntag, für das er verletzungsbedingt nicht im Kader stand.